Vierter Spieltag in der zweiten Bundesliga. Heute haue ich wieder meine Prognose raus. Hab richtig Bock, denn letzte Woche war es eine Katastrophe von mir. Zwei von neun. Soweit richtig. Will ich mich wirklich gar nicht lange aufhalten. Schreibt gerne eure Einschätzungen, Tipps rein, wenn ihr es besser könnt und denkt. Vielen, vielen Dank. Und wir starten direkt rein in die Freitagabendspiele. Das erste lautet Schalke 04 gegen Holstein Kiel. Die Schalker ein bisschen unter den Erwartungen gestartet in die neue Saison. Nur ein einziger Sieg. Letzte Woche gegen Braunschweig verloren. Habe ich auch nicht mit gerechnet, aber das haben die Braunschweiger wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und den Schalkern ist vorne nichts eingefallen. Zu Hause in der Felddienstarena vor eigenen Zuschauern sind sie, denke ich, schon der Favorit gegen Holstein Kiel. Die ja auch mit 4 zu 2 verloren haben. Gegen Magdeburg auch ein guter Gegner. Genauso wie wir die erste Niederlage kassierten. Jetzt gegen Schalke riecht es wirklich nach Toren in dieser Partie. Und ich denke, das bessere Ende geht dann an die Schalker. Knappes Ding. Mit 3 zu 2 werden sie sich durchsetzen. Das zweite Freitagabendspiel ist Paderborn gegen Kaiserslautern. Beide Teams letzte Woche gewonnen. Paderborn in Düsseldorf. Respekt, das schafft nicht jeder Verein. So langsam kommen sie ins Rollen. Und Kaiserslautern mit Ach und Krach gegen Elversberg. Aber am Ende fragt keiner mehr, wie die 3 Punkte eingefahren wurden. Sie haben es geschafft. Und ich glaube, dadurch schon eine breitere Brust bekommen. 1 zu 1 mein Tipp. Vielleicht auch 2 zu 2. Keine Ahnung. Kaiserslautern wird dagegen halten. Gehen wir in den Samstag rüber. Dort haben wir die Hertaner, die auf Greuter Fürth treffen. Was soll ich zu Hertha sagen? 0 Tore. 0 Punkte. Richter, also ihr Kapitän, gewechselt. Genauso wie Serdar. Und Demme soll wohl auch abgesagt haben. Es läuft überhaupt nicht. Ob sie jetzt mal im Olympiastadion wenigstens ein Tor schießen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber gegen die qualitativ gut besetzten Fürther wird es schon sehr, sehr schwer. Die haben zuletzt 0 zu 0 gespielt gegen Pauli. Und sind auswärts etwas schwächer einzustufen, einzuschätzen als zu Hause. Dennoch glaube ich, dass sich hier Greuter Fürth durchsetzt und mit 2 zu 1 gewinnt. Das hat einfach nicht Hand und Fuß. Einen Unentschieden könnte ich mir im besten Fall noch vorstellen. Mehr aber nicht. Die nächste Partie lautet Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Elversberger kriegen es einfach nicht hin, diese Führungen irgendwie über die Zeit zu bringen. Sie sind im Zweitliga-Geschäft bisher knallhart bestraft worden von den Gegnern. Das wird schon wieder so eine etwas engere Partie. Die Niederlage gegen Paderborn will ich jetzt nicht zu hoch hängen. Passiert Paderborn starker Gegner. Düsseldorf wirklich sehr, sehr gut eingekauft. Die müssen sich noch finden. Und ich glaube, in Elversberg, da haben sich die Düsseldorfer gefunden, die Neuzugänge. Und werden knapp mit 2 zu 1 gewinnen. Samstagabend-Topspiel. Hannover 96 empfängt den Hamburger SV. Aktueller Tabellenführer gegen Hertha. Ein absolutes Feuerwerk hingelegt. 3 zu 0 gewonnen. Den Herthanern überhaupt keine Chance gelassen. Ja, ein Duell unter Freunden eigentlich. Das Freundschaftsduell. HSV gegen HSV. Wird es dann auch freundschaftlich mit 1 zu 1 beendet? Beziehungsweise gibt es ein Unentschieden dort? Kann ich mir nicht vorstellen. Hannover gegen uns gewonnen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es eine gerechte Punkteteilung auch getan hätte. Aber gut, kannst du nichts machen. So haben sie ihren ersten Heimsieg eingefahren. Aber spielerisch, weiß ich nicht. Hat mich nur die erste Halbzeit von Hannover überzeugt, dass der HSV der klare Favorit ist in dem Spiel und mit 1 zu 3 gewinnt. Die Hamburger sind aktuell einfach zu schwer zu schlagen. Pauli trifft auf Magdeburg am Sonntag. Eine sehr, sehr spannende Partie mit zwei Teams, die den Blick schon nach oben werfen können in der Tabelle. Magdeburg 4 zu 2 gewonnen gegen Holstein Kiel. Richtig stark zurückgekommen. Und das Auswärts. Zwei Auswärtsspiele hintereinander fällt mir gerade auf. Die Paulianer gegen Fürth den Punkt mitgenommen. Zu Hause sind sie aber eine Macht. Traue den Magdeburgern da durchaus was zu. Die sind spielerisch gereift unter Tietz. Und sehe sie auch in diesem Spiel nicht als Underdog. Also eher gleich auf beide Mannschaften. Mein Tipp ist hier ein 1-1-unentschieden. Bin gespannt, ob die Magdeburger da vielleicht sogar einen Sieg holen. Wer soll bitte diese Wiesbadener stoppen? Sieben Punkte aus drei Spielen. Das ist schon extrem stark. Ein ekliger Gegner. So musst du aber als Aussteiger spielen. Vielleicht nicht immer die bessere Mannschaft. Aber sie machen es clever. Holen die Punkte. Und zuletzt hat es gegen Karlsruhe perfekt hingehauen. Ob sie es auch gegen die Nürnberger schaffen, wer weiß das Ganze. Letzte Woche haben die Nürnberger es nochmal unnötig spannend gemacht. 3 zu 0 geführt gegen Osnabrück. Dann haben sie mit 3 zu 2 gewonnen. Aber diese zwei späten Tore, da muss man nochmal ein bisschen zittern. Gut, sie haben gewonnen. Den ersten Sieg in diese Saison eingefahren. Und gehen zu Hause gestärkt mit gestärktem Selbstvertrauen jetzt an die Sache ran. Gegen wen? Wiesbaden. Irgendwann muss immer mal eine Serie reißen. Und ja, da habe ich mir so vorgestellt, okay, Nürnberg haben das eigentlich schon souverän gemacht. Mit Usun, da ein Spieler drin, der da aktuell wirklich in Hochform aufläuft. Sollte keine Probleme geben. Es wird wahrscheinlich relativ torarm. Aber sehe da doch schon eher die Tendenz Richtung Nürnberg. Und entscheide mich für einen knappen 1 zu 0 Sieg. Vorletztes Spiel für den vierten Spieltag. Der KSC trifft auf Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger konnten tatsächlich Schalke 0-4 bezwingen. Unter Jens Hertel gibt es sonst immer hoch und weit bringt Sicherheit. Diesmal, ja, stand die 0. Und sie haben es einfach wirklich sensationell runtergespielt. Also ein verdienter Sieg gegen Schalke. Kann man nicht anders sagen. Der KSC ein bisschen enttäuscht gegen wen? Wiesbaden. Da wäre mehr drin gewesen. Ärgerlich verloren. Anthony Uccia gegen Lars Stindl. Wer gewinnt diese Partie? Die einen mit einem Sieg im Rücken. Die anderen mit einer Niederlage. Wollen es besser machen. Meine Entscheidung ist gefallen. 2-2 unentschieden. Zwei Tore bei Jens Hertel sieht man auch nicht immer. Letztes Spiel für heute. Unser FC Hansa muss gegen den Aussteiger VfL Osnabrück ran. Die haben noch keinen Sieg in den ersten drei Spielen einfahren können. Sind also hochmotiviert. Vor allem, ja, ein Spieler kehrt zurück. John Verhook. Unsere Legende. Johnny, mach nicht zu doll bitte. Ja, uns das Ganze zeigen will. Vor allem dem Trainer, Team und Walter. Kann man sich sogar vorstellen, dass er von Beginn an ran darf. Letzte Woche in Osnabrück als Joker gekommen. Und siehe da, direkt seine Qualitäten mit dem Köpfchen gezeigt. Zwei Torvorlagen gegeben. Eben diesen 0-3 Rückstand noch zu einem 2-3 umgewandelt. Und fast nochmal rangekommen an die Nürnberger. Das wäre auch ein richtig starkes Comeback gewesen. Wir letzte Woche mit dieser absolut unglücklichen Niederlage. Da kriege ich bis heute noch das Kotzen, wenn ich mir dieses Spiel angucke. Das ist der absolute Witz gewesen. Pflaume von Schiedsrichtern. Ich will hier nicht beleidigend werden. Aber ohne den hätten wir zumindest einen Punkt mitgenommen. Waren auch nicht die schlechtere Mannschaft. Das ist ja das, was uns alle ärgert. Das wäre ein gerechtes Unentschieden geworden in der ersten Halbzeit. Klar, Vorteile Hannover 96. Aber in der zweiten Hälfte haben sie nichts mehr gezeigt. Da haben wir spielerisch mitgehalten. Und deswegen umso ärgerlicher, in der 87. Minute da so einen Elfmeter zu kassieren. Ihr hört es schon. So ganz verkraftet habe ich diese Niederlage noch nicht. Wenn wir gegen Osnabrück gewinnen sollten, dann schon eher. Aber die Osnabrücker, das ist so ein eklig zu bespielender Gegner. Gegen Köln fast im DFB-Pokal weitergekommen. Bis in die Verlängerung sich da gehalten. Dann auswärts in Paderborn einen Punkt mitgenommen. Und wer einen Punkt gegen Paderborn mitnimmt, der kann auch gegen unseren FC Hansa was holen. Das wäre wieder so ein typisches Hansa-Ding. Wenn Johnny da ein paar Tore erzielt für Osnabrück, will es nicht beschreien. Ich gehe optimistisch an die Sache ran. Und wenn Perea von Beginn an spielt, und das hat sich laut Alois Schwarz schon sehr, sehr gut angehört auf der PK, dass er diese Spielzeit bekommt und direkt in der Startelf steht, dass er das Ganze hinhauen kann. Mit spielerischen Akzenten dann einfach zum Zug kommen. Kinzombie wird zurückkommen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ein Spieler, den wir brauchen. Schnelligkeit, ins 1 gegen 1 mal gehen, irgendwie uns zum Sieg schießen. Egal wer, aber mit einem festen Stürmer wollen wir, denke ich, alle in dieses Spiel gehen, weil wir eben höchstwahrscheinlich dann auch den Ball bekommen, das Spiel machen. Wir werden zu 100% zu unseren Chancen kommen. Die müssen nur eiskalt verwandelt werden. Mit Perea in der Startelf mache ich mir da nicht so einen großen Kopf. Einfach ein bisschen Neues, Frisches und dann mal eine offensive Ausstellung, damit man einfach mal zeigt hier dem Aussteiger von Osnabrück, dass es in unserem Ostseestadion sehr, sehr schwer wird zu punkten. Gehe da schon positiv rein und glaube an ein stabiles 2 zu 0 für unseren FC Hansa. Tut mir leid, Johnny. Diesmal bleibst du torlos. Der würde wahrscheinlich direkt jetzt ein Tor schießen. Dann könnt ihr, keine Ahnung, was auch immer reinschreiben. Gegen Osnabrück, da sollte man schon punkten. Und wenn nicht, dann keine Ahnung. Dann weiß ich auch nicht. Wenn das dann wirklich so eintreffen sollte, würde die Tabelle wie folgt aussehen. Auf Platz 1 der Hamburger SV mit 10 Punkten. Wer soll sie stoppen? Unser FC Hansa auf Platz 2 mit 9 Punkten. Dementsprechend würde es dann in der nächsten Woche zum Spitzenduell kommen. SV gegen Hansa würde ich mitnehmen. Und auf Platz 3 der 1. FC Magdeburg mit 8 Punkten. Auf Platz 16 haben wir Elversberg mit Osnabrück. Beide jeweils Einzähler. Und auf dem letzten Tabellenplatz die Hertha. Ob es das dann schon war für Dardai? Keine Ahnung. Aber das sieht alles andere als gut aus. Das war es wieder von meiner Prognose zum 4. Spieltag. Was sagt ihr zu meinen sensationellen Tipps? Werde ich wieder komplett scheitern? Oder habe ich den richtigen Riecher? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jeden Daumen nach oben. Ja, freut mich sehr. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im Ostseestadion. Und dann hoffentlich wieder mit 3 Punkten. Ohne meinen Bruder ist das auch so ein Faktor vielleicht. Ohne meinen Bruder bringt es Glück, bringt es Pech. Aber am Ende müssen es die Jungs einfach zeigen. Dann auf dem Rasen. Und ich hoffe einfach, dass die das Ding ziehen. Ihre Tore schießen. Und dann können wir alle wieder jubeln. Also viel Erfolg euren Mannschaften. Bleibt stabil. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.